Ich habe nämlich noch versucht, mich an meine Kolleginnen und Kollegen zu melden. Da sind ja wirklich noch einige aus dem sozialen Bereich. Und einige sind da, die sind aus dem anderen Bereich, aber die sind eigentlich hochwillig. Und ich habe dann mal einen Videoclip aufgenommen und habe da dieses Kunstland auch verlesen. Und habe das Kunstland auch, das wurde auch oft gedruckt. Ich habe auch gebeten, nur Menschen das auszudrucken und vielleicht zu ihrem Fallmenschau oder so mitzunehmen. Oder in ihrem Jobcenter einzuwerfen, im Briefkasten, wenn man dann mal spazieren geht. Wo ich also meinen Kolleginnen und Kollegen zugerufen habe, Aufruf vom Spiel zu verweilen. Und habe gesagt, kann man eigentlich morgens noch in den Spiegel gucken, sich in die Augen gucken, wenn man sich klar macht, was man da eigentlich veranstaltet. Wofür man sich einstellen lässt. Wofür.